Sie ist hier irgendwo. Wo ist sie hin? Vernächte sie! Du! Los geht's mit! Hey! Was sind die Tür für Feindräume? Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Haltet sie auf! Schnell! Ihr ist weggelaufen. Junge. Ich hab sie verloren. Verstanden! Sehen Sie sich weiter um! Oh Gott, ja, ne, ne, ne? Feier! 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 Abmaschine wie hier! Wo ist sie? Wo ist sie? Erledigt sie! Schnappt sie euch! Verdächtig! Hier ist nichts! Ich hab doch keine Paranoia! Tja! Hier ist nichts! Ich hab doch keine Paranoia! Was sind die denn? Was sind die denn? Damit kann ich arbeiten! Verstanden! Die entkomt nicht! Was war das? Verstanden! Die halten auf und ohne auf neu! Was war das denn? Hält sie! Wie viele gibt's denn von denen? Verstärkung an! Geh auf für euch! Halt sie los! Halt sie los! Halt sie los! Ah! Sichert das Gebiet! Sichert den Bereich! Halt sie nicht aus! Was ist sie in einem? Ich höre Alarm aus! Hinterher! Halten wir in die Position! Halt sie los! 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 Ich kann gar nicht zum Angriff kommen! Das Gewehr ist echt nicht gut! Halt sie los! Schon wieder? Neutralisiert die Gefahr! Jawohl! Der Fundator fliegt! Dann meint es! Sie darf nicht entkommen! Halt sie los! Halt sie los! Halt sie los! Kettung! Feuille in der Fettung! Ah! Wir gehen! Ah! Halt den Gauf! Zum Eingriff! Nehmer kommt hier auf! Halt den Sie aus! Vernächtet Sie! Haltet Sie aus! Neutralisiert die Gefahr! Da lang! Jawohl! Soll das ein Witz sein? Oh! Sie ist verwundet! Sichert den Bereich! Wo ist sie hin? Haltet Sie aus! Da! Wo ist sie hin? Lass mich benutzen! Zerstören! Vermeilen Sie! Schädel Sie! Wie viele gibt es denn von denen? Schaltet Sie aus! Nicht entkommen! Haltet Sie auf! Bereit zu Feuer! Schnapp Sie euch! Entwerteidigungsstellung! Greift ein! Wir haben sie verloren! Feuer! Schnapp Sie euch! Schnapp Sie euch! Hinterher! Was gemacht, lass nicht entkommen. Pass nicht! Lass mich nicht entkommen! Sicher den Bereich! Pass auf! Feuer! Halt mich auf! Es geht keinen Kopf! Halt mich auf! Alles sauber! Fehl Insekt! Hier stimmt das nicht! Wer was hat uns auf den Griff? Die sehen uns! Schießt! Stab wir euch! Vereilung! Sehr wohl! Ah! Zalat! Oh! Halt die Position! Super! Alle haben wir hier noch. Das schaffen wir nix! Das schaffen wir nix! Ja! Das ist nicht so gedacht, Kollege. Nicht zurückweisen! Hier lassen! Haltet die Position! Ist was von ihr zu sehen? Wo steht sie bloß? Zentrale! Die Flüchtige ist noch immer auf freiem Fuß! Sucht weiter! Sie muss eliminiert werden! Setzen Sie die Suche fort! Wir müssen sie finden! Wir erkennen das Gebiet! Jawohl! Hier drüben! Wann stoppt sie doch endlich! Sie darf nicht entkommen! Schaltet sie aus! Sollte in Ordnung sein! Ach! Tum schon! Das stimmt. Sterben? Alter, ich bin echt konzentriert, weil ich versuche, das jetzt hier zu schaffen im vierten Versuch. Und es sieht gut aus. Das Ding ist der Nachschub, der hier kommt scheinbar. Das ist... Pflicht. Alles klar, das Auffinden der Zielpersonen hat höchste Priorität. Weitersuchen. Findet sie. Wir müssen sich weggehen davor. Wo ist sie? Durchkämpft das Gebiet. Jawohl. Wo ist sie? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich vermute, sie ist weg. Daran. Verstanden. Aufpassen. Wir haben Meldungen erhalten, dass die Flüchtende bei der Aussicht gesehen wurde. Rücken sie schnell zum Bereich vor und neutralisieren sie sie. Für unser glorreiches Imperium bestätigt. Äh. Macht schon. Jawohl. Wo ist sie hin? Was geht davor? Achtung! Echt jetzt! Teuer! Lass sie nicht entkommen! Erschieß sie! Achtung! Achtung! Leiter 3 Unall 1975 Ein inclusives thựcut ** Wir waren von Geschwindigkeit, gut gefallen. Wir haben wieder wollen. Danke! Das riese flush wäre mein spezieller. Lass ihn zielt man nicht durch. ich würde sagen dass jetzt geil das funktioniert ja sogar die flüchtende wurde in der nähe der aussicht gesehen greifen sie bei sichtkontakt holen wir sie uns dann machen wir es mal auf die hake ich habe leider keine garnacht mehr ich weiß was sie machen das jetzt machen das das müsste ja eigentlich funktionieren oder oder Alles klar. Das Auffinden der Zielperson hat höchste Priorität. Weitersuchen. Wo ist sie? Vorwärts. Hast du was, Kleiner? Sucht weiter. Geht euch weiter. Verstanden. Wir halten auf und hoher auf. Wirklich? Bereit, nix! Schaltet sie aus! Sie darf nicht entkommen! Greift an! Achtung! Leider haben wir keine Granaten mehr wieder. Aber da muss auch natürlich die Tür aufgehen, wo 25 Millionen Leute hier stehen. An alle Einheiten. Die Flüchtende wurde bei der Aussicht gesehen. Rücken Sie zum Bereich vor und eliminieren Sie sie. Was sind die denn alle, Alter? Ja. Seltsam. Nichts. Nichts. Erfüll sie. Tja. Sucht weiter. Reht überall nach. Sollte in Ordnung sein. Alles klar. Ich vermute sie jetzt weg. Schauen wir mal nach. So, vorsichtig. Okay. Ich bin drin. Gut. Ich hab die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Verstanden. Ihr kommt nicht. Sollte in Ordnung sein. Sie wird in der Nähe. Formieren wir uns neu. Verstanden. Die kommt nicht weit. Jawohl. Formieren wir uns neu. Wieso soll jetzt nicht jetzt immer kommen? Wir machen Meldungen über die Idee. Immer noch nichts zu berichten. Was siehst du? Die Flüchtende wurde bei der Aussicht gesehen. Handeln Sie schnell und nehmen Sie sie fest. Kein Feindkontakt. Wir müssen mal vorwärts gehen hier. Hey, öffne den Schacht. Verstanden. Wir finden Sie. Ich hab das arge Gefühl, das geht alles wie in die Hose. Da läuft natürlich auch einer lang. Ist klar. Oh, ist das zum Mäusemelken, Alter. Alles klar. Ich halte nach der gefühlenen Ausdauung. Alles klar. Zu Befehl. Wir lassen Sie nicht vorbei. War klar. Beim letzten Einsatz ändern Sie die Protokolle. Ayla? Ich hab's. Ein Gesicht zur Stimme. Gut. Jetzt kann ich es tatsächlich hier raus schaffen. Mach das Teil einfach an der Antenne auf dem Dach fest. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist Plan C. Wir sind schon bei Plan C. Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Ja, ich komm da rein durch. Das kommt natürlich gleich an. Wecken. Der Modulator ist bereit. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Wow. Nicht schlecht. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze für mich deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Moment, wie hast du das gemacht? Viel Erfahrung. Und richtig gute Technik. Zentrum, wir haben die richtige verloren. Oh, bitte. Da war ich doch schon. Oh Gott. Oh Gott, erstmal hier, kurz wieder. Ich kann hier noch nicht mal was holen. Schon wieder? So. So. Darf ich das, was ich eigentlich jetzt machen sollte, ist schon vorher gemacht. An alle Einheiten, bitte melden. Eine gefährliche Verdächtige ist in Ihrem Sektor. Durchsuchen Sie den Bereich und erleden. Auf geht's. Miep, miep. Das ging ja easy. Verteidigung abgeschaltet. Dann bin ich mal weg von diesem Mond. Ruf durch, wenn du raus bist, Wes. Ernsthaft? Die hätte uns alleine gelassen. Leider kann ich den nicht mitnehmen. So. Verlasse die Einrichtung. Achtung, Achtung. Eine Flüchtende befindet sich in ihrem Bereich. Sobald... Das Ding ist aber eigentlich... Muss ich in den Ronda noch rein? Richtig. Jawohl. Wir haben die Flüchtige. Verstanden. Wir schalten Sie aus. Nix. Fass. An alle Einheiten. Eine sehr gefährliche Kriminelle wurde in Ihrem Bereich gemeldet. Weitersuchen. Sie muss eliminiert werden. Ist jemand in der Nähe? Sieht nicht nach Ärger aus. Genau. Ich will da rein. Ich will die Daten da noch haben. Was siehst du? An alle Einheiten. Die Flüchtende befindet sich in ihrem Sektor. Sie ist extrem gefährlich. Suchen Sie weiter. Sie darf uns nicht entkommen. Verstanden. Wir halten Sie auf. Was war das? So. Ich will die Ländeplan vorruhen und die vertraulichen Daten. Ich will die Daten nicht gerne haben. Aber das Problem ist... Das sollten wir uns ansehen. Na? Was ich jetzt gerade nicht so verstehe, warum die hier alle Bambule machen jetzt auf einmal. Achtung an alle Einheiten. Eine Kriminelle auf der Flucht bewegt sich durch ihren Sektor. Sobald sie sich... Sofort erschießen. Also ich könnte jetzt abhauen, ne? Und mein Ehrgeiz ist so von wegen so... Ey, ich will da vorne hin. Weil ich das Teil da haben will. Weil dann könnte ich hier abhauen, ne? Glaube ich. Kann ich eigentlich? Ja, kann ich. Okay. Okay. Und das ist jetzt mal ein Problem. Wie komme ich jetzt da hin? Ich will wenigstens in die Daten. Bestätigt. Alarm bleibt bestehen. Das sollten wir uns ansehen. Was war das? Ha? Genau. Immer noch nichts zu berichten. Was war das? Das war das. 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 Jawohl. Wir fangen die Flüchtige an. Hast du was, Kleiner? Ach was? Was? Komme ich hier hinten nicht rein? Natürlich komme ich hier hinten nicht rein. Verstanden. Wir halten Sie auf. Wir brauchen mehr Tropfen. Was war das? Lösst Sie jetzt Alarm aus. Wir fangen die Flüchtige. Feuer! Feuer! Wir löschen Sie aus! Wir werden angegriffen. Was war das? Flucht jetzt rein. Ha? Feuer frei! Hier ist alles still. Die Flüchtende wurde bei der Aussicht gesehen. Rücken Sie vor und neutralisieren Sie sie. Ich habe gedacht, der Typ hat mich gerade gesehen. Sorry, wenn ich gerade echt konzentriert bin. Aber das ist... Ich bin hier gerade so hier bedacht, hier überhaupt nicht mehr aufzufallen. Entspannt euch. Es ist vorbei. Alles klar. Alles sauber. An alle Einheiten bitte melden. Eine gefährliche Verdächtige ist in Ihrem Sektor. Finden und erschießen Sie sie. Bestätigt. Alarm bleibt bestehen. Ist hier jemand? An alle Einheiten aufgepasst. Eine bewaffnete, gefährliche Kriminelle ist in Ihrem Sektor unterwegs. Durchsuchen Sie den Bereich und erledigen Sie sie.